Was hat mich denn da getroffen? Ich bin tot. Das sah aus wie das Triebwerk vom Flugapparat, der uns runtergebracht hat. Ey, das muss ich noch mal in der Aufnahme gucken. Ich glaube, ich bin auf dir gelandet. Oh, okay. Stimmt, die Dinger sind ja auch orange. Jemand ist auf dir gelandet. Ja, toll. Danke. Wenigstens weich landen, ne? Ah, der witzig ist, wie sind beide gleichzeitig runtergekauft werden. Oh nein. Oh nein. Hoffentlich kommt mein Exo nicht direkt vor den Dingern runter. Der geht weg. Die gucken schon wieder zu mir hin. Mein Exo, nein. Äh, ist der kaputt? Ja, der wurde über den Haufen geschossen. Oh nein. Willkommen, Flatter-Männer. Also, Heldar, was Technologie ist für den Arsch. Oh, von hinten. Aua. Geht doch mal weg hier. Oh, heute ist groß. Los. Nein. Oh. Ja, das war gelandet. Danke. Woa. 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 Da ist Centakel, Mann. Boa, ey, du hast keine Zeit, mal eben, seine Waffe zu orgen, ey. Hier ist Tentakel, Mann. Ich habe ihn markiert. Die sind tot. Was? Was? Hey, halblich wegschleichen in den Tod zählt nicht. Ne, ich hoffe. Brauche meine Barfum. Also ohne Schild macht mir so ein kleiner Jäger, zieht er mir die Hälfte meiner Energie auf. Ja. Hey, tut er meine Öffel. So, deine. Ja, okay. Oh, ich gehe nicht raus mit. Licht bei den Bugs, ne? Die einfach noch beißen kann, wenn sie schon tot ist. Die blöde Crew hier. Oh, die sind bald und die drei. Hörst mich nicht. Ja, das ist ein Bein. Ja, ich habe ihn getrunken. Ja, ich habe ihn getrunken. Äh, waren das meine Barfum hier? Nur Schüdi! Kommen deine Vorwäste an! Ausrichtungspaket dürfte ein. Alter, ich dachte, ich habe den Schüpp mehr. Oder war das jetzt deine, die ich dir geklappt habe? Ne, ne, alles gut. Ich habe nur gedacht, ich gucke mal, ob man überbleibt. Egal. Da liegt noch was. Ja, so eine Breaker, die will ich nicht. Ne, aber blau meine ich. Blaue Markierung. Ich kann gerade nicht gucken, wo wir schießen. Guck du mal, ich schieße. Ja, das könnte meine sein. Was ist denn hier los? Ich will da nicht rein. In der Mitte liegt auf jeden Fall Munition, wir brauchen, ne? Oh, ich wäre schon tot. Alter! Das ist echt brutal. Aua! Ich glaube, war so richtig weg. Ja, weißt du, wir werden erstmal geschutzt. Aua, da hält sie gut. Aua, da hält sie gut. Ach nein. Oh, oh. Nehm doch die Proben, ey. Dreimal rinnst du drüber. Voller. Werden die Großen bei uns? Ja, wird weggerammt. Quasi keine Spritzen mehr. Da ist der Säure-Stinker. Ja, wenn du mir genau zu mir führst. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Ich auch nicht. Ich laufe nur mehr. Aber es ist die Geschippe natürlich gleich wieder im Arsch. Ja, ich bin... Das muss so. Koala hat mehrere Beine, glaube ich. Du hast mich gerade getötet. Was? Ich habe gesehen, wie der Bug mich kaputt geschlagen hat. Da steht Killer-Koala. Wow, Mimmi. Ich habe den Dicken platt gemacht. Aber ich komme ja nicht weg. Titan ist dauernd, hey. Der Dicke ist damit gestorben, sobald ich den Titan weggeballert habe. Oh nein, Koala, sorry. Oh, wow. Ich habe dich erwischt. Ich nehme mal deine Waffen, ja? Hallo. Das war jetzt nicht taktisch. Au, 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 au. Nein. Oh, Entschuldigung, ich habe dich getötet. Gib mir deine Waffen. So ein Hacer, also. Oh, oh nein. Ja, ich werde auch die ganze Zeit platt gemacht mit Tod. War aber ein schönes Bild. Dam, dam, dam. Oh, oh. Warum direkt in die Wendung vor den Reihen? Warum? Was soll das? Äh, hi, Tentacolo. Nein, falsche. Ich habe einen Laser. Ich habe keinen Laser. Das ist nur Überlebenskampf hier. Oh Gott, ich hasse Tentacolo. Ja, schön, dass ich noch Zeugschüsse hatte. Hallo, Benno. Hallo. Hi. Aua. Aua. Und eliminiert. Hi. Ach, Brenno. Wieso Brenno? Ich habe ihn in die Mitte mit Benno. Das sind ja noch mehr Bugs in der Mitte. Nein, Kessels, sorry. Ah, das wird so nicht auch noch am Ende. Oha, der Klammenwerfer. Das ist der, der, der nicht verloren hat, kommt von mir vorhin. Kommt der in die Mitte? Ich will raus, Sieher. Können wir schon gehen? Ja, der Flieger ist in der Mitte. Was? Warum weiß ich das nicht? Warum sind wir noch da? Aua. Gehen wir jetzt oder nicht? Boah, Feuer. Aua. Höh? Der Evakuierung hat geschlossen. Helikan 1 hebt noch nach. Ich habe ihn gar nichts mehr gesehen. Ich wollte quer unterm Schaddel nehmen. Oh Gott. Uff, ey. Oh, Feuer, ey. Das war mies, ey. Er ist ja auch ein Sterne. Bis zum nächsten Mal.